So, dann brauche ich einen hier hinten. Ich muss mal die Ziele da weg. So, dann bauen wir bitte hier eine Mauer hin. Da, ja. In which? In which? In which? In which? So, w gamomp. So! ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir haben nochmal zwei gekriegt So, jetzt machen wir nämlich das gleiche Prinzip, wie wir es immer machen So, Gold ist aus Darauf habe ich jetzt gehofft So, jetzt brauchst du mir hier eine Mongol-Festung hin So, dann kommen wir mal ein bisschen zurück So, dann kommt hier mal ein Duma her So, dann müssen wir jetzt wieder warten, bis wir endlich mal wieder... So, dann müssen wir kurz warten So, was war das? Okay, Akandos mit dem letzten Stück Das ist die Mission hier So, ihr geht bitte So, dann baut ihr mir bitte hier einen Turm hin Dann liege ich mal auf die Seite wieder So So So, viel Zeit muss sein Das muss ich ganz ehrlich mal sagen So Dann haben wir jetzt 5600 5700 So, Holz funktioniert Ein Dings funktioniert Okay, jetzt würde mal drüben haben wir ja jetzt Du baust mir Hier mal in der Siedlung Weil die Siedlung braucht man ja eh jetzt nicht, weil wir haben ja die hier Da braucht man wieder 550 Ist ja auch nicht mehr so lange So So Dann bauen wir hier ein Nämlich jetzt einen Marktplatz Wenn die nämlich dann Dings bauen wir hier nochmal so Weil einer hier mal Okay, hier ist auch keine Und die kommen wir auch nicht durch So 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 1 2 3 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 5 6 7 5 5 6 6 6 6 6 6 6 7 6 7 7 7 8 7 8 9 8 9 9 10 9 9 9 9 10 10 11 10 11 12 11 12 12 12 15 12 so ihr baut mehr hier das dorf etwas gesagt die andere sache auch nicht angreifen dann dann kommt natürlich auch eine mogul festung hierhin also ihr wisst ja jetzt so mein muster so so euer muster dass man mit auf jeden fall mit so einer verteidigung natürlich gut essen kann so Ich kann mich nicht erinnern, dass hier mitten in der Wüste ein kleines Feldlager aufsteht. So, wir sind nämlich jetzt gerade schon da, wo wir eigentlich hin sollten. So, dann bauen wir hier natürlich eine Dings. So, ihr könnt ja eigentlich Nahrung sammeln, weil das war ja jetzt so, dass ihr dann halt ein bisschen Dings. So, jetzt brauchen wir nämlich hier jetzt jemanden, der mir hier wieder eine schöne Mauer baut. So, wieviel kriegt ihr jetzt da ab? Zehn nur. So, dann bauen wir hier mal die Sachen aus. Bauen wir mal 72, okay. Sollten wir so langsam mal eine kleine Armee ausheben. So, dann kommt man hier vor. Gerade wo ich sag. Und genau das ist es. Und das ist nämlich das große Problem. Hätte ich jetzt nämlich meine ganze gesamte Streitmacht jetzt quasi abgezogen, wären die jetzt hier Probleme mit uns reingekommen. Ganz ehrlich. Und deswegen baue ich solche Festungen auf jeden Fall immer rein. Ja, wir könnten eigentlich hier mal ein bisschen an... Ein bisschen an... Gold... Das ist interessant. So, dann könnt ihr auch hier vorkommen. Am besten so, dass ihr bitte von der anderen Seite kommt. Weil wir haben ja jetzt keine Zeit jetzt eine ganze Armee auszuheben. So. So, was nehmen wir denn den Sohn des Osiris? Da kommt niemand. Nochmal den Metroidenschlag. So, dann verkaufe ich da noch ein bisschen. Bis es nicht mehr an Sachen geht. Weil dann haben wir nämlich noch genügend Gold. So jetzt noch. Und dann haben wir jetzt 18 Leute. Gut. Dann das so wieder zurück. Wir können jetzt hier vorkommen. So, in der Zeit... Gehen wir jetzt gleich auf das höhere Level. Was machst du? Ja, alles auf 4. So, jetzt warten wir noch auf die nächste Zeit. So. 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 Dann kannst du auch weiter aufmachen. So. 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 Und I.O. U.I.M. I.O. Repair Da, J.O. Unser Stück ist in Position. In T.I.M. Ich bin auf Position. So. Ich bin auf Position. Viel Spaß mit der Katze. Alle Stücke sind hier. Warum passiert nichts? Es dauert eine Weile. Dann sorgt dafür, dass es schneller geht. Wie schön, dass ihr alle hier seid. Ihr kommt genau zur rechten Zeit. Und ihr habt die Stücke von Osiris mitgebracht. Seht ihr nun? Es passiert nichts. Euer Gott ist tot. Was? Nein! Ich bin zur Erde zurückgekehrt. Und habe sie mit meinen Füßen wieder in Besitz genommen. Galgarinsis atmet noch. Los! Ich bin zur Erde genommen. Ich bin zur Erde gefahren.